Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Bewegung Fridays for Future haben den Menschenrechtspreis von Amnesty International erhalten. Die Auszeichnung sei für alle die furchtlosen Jugendlichen, die für ihre Zukunft kämpften, sagte die 16-jährige Schwedin bei der Verleihung in Washington. Thunberg protestiert seit mehr als einem Jahr für mehr Klimaschutz. Am kommenden Freitag will sie in New York an einem weltweit geplanten Klimastreik der Bewegung Fridays for Future teilnehmen.